herzlichen willkommen zu einer neuen folge von mass effect 2 auch hier ich habe jetzt zwei wochen nicht aufgenommen weil ich eine woche urlaub hatte da mal gar nichts gemacht habe und ja ich weiß noch wir sind jetzt beim nächsten dossier oder beim letzten dossier da geht es um die justikaren das weiß ich noch und wir haben auch schon mit hittne vor heißt also jetzt schauen wir mal wir sollten doch mit irgendeiner was sagen reden die hier die ermittlung leitet ich wollte früher auch mal justikaren werden vermutlich wie jede asari okay ist das so der job den jeder amt anpimmelt hier ist ein turianischer arbeiter die polizei gibt es nicht zu aber die eklipsschwestern beherrschen diese gegend okay es könnte sein dass wir hoch auf eklips stoßen da bin ich ja ein bisschen an die maus gekommen da werden wir wahrscheinlich noch nicht hinkommen wo kann ich was lesen hier gibt es nicht zu sehen weitergehen ich kann nicht doch kann durchgehen wird nur mal gucken nee dann schauen wir mal wo diese wo diese dame ist hier ist nichts mehr okay ich wollte nur sicher gehen das medizinische station detective an naja wie heißt eigentlich der deutsche rang für detektive ist das ein inspektor also ich muss sagen ich gucke relativ viele amerikanische krimiserien und da so langsam wurstel ich mich da so durch aber im deutschen gefällt das deutsche punkt dazu nicht ein also ich schätze mal ein inspektor ist ein detektor gut wir reden mal mit ihr ist ja jetzt auch egal was was ist und schauen mal ach so in der zeit wo ich jetzt nicht aufgenommen habe ist natürlich die legendary edition erschienen ich habe sie mir noch nicht geholt weil ich gehört habe es soll eher ein remastered sein also eine grafische aufwertung kein remake ihr könnt ja mal berichten wenn ihr die habt ob es doch großartige änderungen gibt oder nicht wenn die ja gerne mal schreiben weil ich muss ehrlich sagen ich müsste mir die spiele jetzt nicht alle drei nochmal holen nur um das besser grafisch aufgemöbeln zu haben ich bin mit der grafik absolut zufrieden also sie ist natürlich nicht weltbewegend sie ist veraltet verständlich aber ich muss ehrlich sagen die spiele sind trotzdem sehr sehr gut trotz der alten grafik also mich stört das nicht und daher würde ich mir glaube ich das geld tatsächlich sparen auch wenn es drei spiele für 60 euro sind der preis ist absolut in ordnung aber also ich sehe für mich da keine notwendigkeit aber wenn ihr sagt boah das haben sie geändert und das und das und das spielt sich viel flüssiger könnt ihr ja mal gerne schreiben wenn ihr da erfahrungsberichte habt da bin ich ja mal gespannt ich habe mir noch nichts dazu angeguckt weil ich einfach gerade lieber was anderes gucke muss ich ehrlich sagen also dadurch dass ich es gerade selber spiele bin ich so ein bisschen maßeffekt gesättigt also da muss ich jetzt nicht noch extra maßeffekt gucken aber interessieren tut es mir auf jeden fall schon so ne jetzt sprechen wir mal mit detektiv annaja bevor ich hier heute wird es wird eine lava folge ihr merkt es schon lange nicht mehr aufgenommen jetzt muss ich jetzt mal alles erzählen was mir so durch hübsche waffen bitte nicht in meinem bezirk abfeuern was kann ich für sie tun ich suche eine asari kriegerin namens wenn sie eine rechnung mit samara zu begleichen haben dann bitte woanders ich habe hier schon mehr als genug ärger ich musste mara für meine mission rekrutieren dann sind wir auch schon wieder weg just die kare arbeiten zwar normalerweise allein werden aber nahezu magisch von unmöglichen aufgaben angezogen eine strategie der selbst korrektur in unserem fall natürlich von vorteil wenn sie sie aus meinem bezirk rausschaffen bringe ich sie umgehend zu ihr sie ist am tatort ja warum sie loswerden möchte fragen wir gleich aber erstmal müssen wir wissen warum sie überhaupt hier bei der ermittlung am start ist sie haben sie an einen abgesperrten tatort gelassen ich bin polizistin ein just die k hat meine volle kooperation außerdem ist sie schon länger am tatort als es uns beide gibt sie kann auf sich selbst aufpassen sie sind sehr begierig darauf samara aus ihrem bezirk zu kriegen meine bosse wollen dass ich sie einsperre sie haben angst sie würde irgendeinen vorfall mit mehreren spezies provozieren aber ihr just die k kodex lässt nicht zu dass man sie verhaftet wenn ich es versuchen würde müsste sie mich umbringen ich will aber nicht sterben wenn sie sie also mit irgendeiner ehrenvollen sache fortlocken könnten bevor ich meine befehle erfüllen muss würde mich das sehr freuen und ich würde ihnen behilflich sein samara scheinen prinzipienlos entweder ich blick das alles hier wirklich nicht oder es wird hier ein bisschen und durchsichtig verkauft oder beschrieben soweit ich es verstanden habe sind justikare asari oder ist eine eine ausbildung der der asari die dafür da sind halt probleme aus der welt zu schaffen jetzt wirkt es für mich so als wären die alle gefährlich beziehungsweise außer kontrolle also wenn ich jetzt irgendwas nicht mitbekommen habe oder total missverstanden habe dürfte mich auch gerne aufklären weil ich bin gerade super verwirrt weil ich dachte die sind dafür da um halt naja recht und ordnung wieder herzustellen sowas wie spektors halt ne also sie arbeiten ein bisschen über dem gesetz oder stehen über dem gesetz sind aber grundsätzlich daran interessiert probleme aus der welt zu schaffen klar auch wir als spektra wissen dass manchmal unkonventionelle wege gegangen werden müssen aber hier klingt es halt aus so als wäre ist samara komplett außer kontrolle und macht was sie will aber anders habe ich das also hier klingt es so als wäre sie außer kontrolle bei anderen sah es so aus als würde sie einfach ihre arbeit machen also irgendwie bin ich verwirrt ich sag jetzt das obere so ihre vorgesetzten schicken sie ohne guten grund in den sicheren tod sie haben eine recht solche befehle nicht zu befolgen gut zu wissen angesichts der häufigkeit brenzliger situationen in die wir ständig geschickt werden also ungefähr zweimal täglich also ja wir haben uns gerade ein bisschen ins eigene fleisch geschnitten aber gar ehrlich also wenn ich jetzt gescheppert wäre wenn ich wenn einer von meinen kameraden sagen würde nein ich will das nicht machen dann würde ich den niemals festhalten egal wie genial seine fähigkeiten sind ich würde sagen geh deinem weg und wir sehen uns vielleicht wieder oder auch nie wieder je nachdem ob unsere mission erfolgreich ist oder nicht also ich würde niemanden aufhalten wenn er irgendwas aus moralischen ethischen und sonst wichtigen gründen oder einfach angst um sein eigenes leben nicht machen möchte unsere mission ist wichtiger als unser aller leben oder das wollte ich gar nicht sagen vorgesetzte sind einfach nur dumm ich bin polizistin und kenne meine pflichten mir wurde befohlen sie zu verhaften und das werde ich auch tun außer ich bringe sie dazu vorher meinen bezirk zu verlassen na gut dann gehen wir los wie komme ich zum tatort es ist gleich um die ecke gehen sie raus und dann links suchen sie nach der polizei absperrung ich sage bescheid damit man sie durchlässt vorsicht die eclipse söldnerinnen hier treiben sich seit kurzem in diesen nebengassen herum sie erwähnten einen tatort ein händler der wohllos wurde ermordet die arbeit eines profis also kein junkie der sich stoff beschaffen wollte meiner vermutung nach war es die hiesige eclipse söldner truppe beweisen kann ich es nicht aber wenn der wohllos auch dreck am stecken hatte war es vielleicht nur eine geschäftstransaktion die aus dem bruder gelaufen ist das vermute ich ja das ist so das was mir so in den kopf rumschwirrt wir hatten ja mit ihm schon gesprochen und er wird ja nicht ganz unschuldig der gute was muss ich über diese söldner wissen eclipse söldner sind professionelle killer sie verkaufen roten sand handeln mit illegalen waffen und schmuggeln kriminelle raus sie kontrollieren einige der nebengassen hier ihr versteck konnte ich leider noch nicht aufspüren was können sie mir über justikare erzählen sie sind eine art menschen nennen sie manchmal kriegsmönche sie leben nach einem komplizierten kodex der ihnen befiehlt die bösen zu bestrafen und die reinen zu beschützen sie sind seit jahrtausenden ein teil der asari kultur ich habe schon als kind abenteuer geschichten über justikare gelesen okay dann habe ich es ja richtig verstanden da müsst ihr mich nicht aufklärt an sich wollen sie einfach nur das böse ausmerzen wahrscheinlich haben sie genau wie spektra ein bisschen mehr frei erhalten und halt diesen gewissen kodex und ich glaube wie sie es auch schon gesagt hatte darf man sie nicht einfach festnehmen aber warum warum haben sie denn alle angst vor samara ich verstehe das nicht wir müssten samara mal treffen damit sich das hier auflöst was halten sie von samara selbst sie ist schon länger als drei menschenleben justikaren wer immer sie war bevor sie ihren eid abgelegt hat ist lange tot samaras anwesenheit scheint die leute nervös zu machen asari bewundern justikare aber wir wissen auch dass sie ohne jede gnade sind wenn sie auf korruption stoßen und die justikare lassen den asari keinen freiraum was will sie hier ich bezweifle dass es nur um den mord an einem korrupten bolus geht ok auf wiedersehe ich ich knabber immer noch an der geschichte aber das ist mein problem ich muss wir machen spielen jetzt endlich mal weiter viel glück wir sollten samara finden bevor dieser detective sich auf die suche nach ihr macht ja das machen wir wir werden jetzt den tatort erkunden wir haben hier entspünnt von der medizinischen stationen einfach mal unser medik war nämlich nicht voll so mit den einen haben wir alle schon gequatscht also können wir ja eigentlich ist hier noch was wahrscheinlich nicht dann können wir doch jetzt einfach mal die welchen tatort erkunden kann man den knacken eine schlüsselkarte ok dann wahrscheinlich geht es dort weiter ich darf durchgehen transport details lesen area wir sollten das das als lagerüberschuss betrachten schicken sie den rest an den üblichen ort zu fax ein paar teile weniger wird er nicht vermissen nach ilium zurückkehren okay auf ergebnisse warten ist wohl eine kleine nebenquest darum ziehe ich meine waffen wir haben gar keine leiche gesehen wo ist die leiche ist gar keine leiche doch nicht das waren alle ja wir haben alle erledigt alle 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 schön ich möchte vielleicht einmal kurz speichern also das dossier habe ich schon gemacht ich muss ehrlich sagen aber das ist mir am wenigsten in erinnerung geblieben also wenn ich die ganze zeit so doof rumfrage ist das ernst und nicht gespielt also ich kann mich hier sehr schlecht daran erinnern also ich weiß dass es um eine polizei ermittlung ging aber das war es auch schon und jetzt was wir haben die barriere weg dann können wir doch mal ich muss mal kurz warten dass meine schild wieder da sind jetzt hat sie wieder eine barriere gemacht ach du stehst genau im weg mein lieber morgen meine maus war noch schnell eingestellt ich war gerade so voll wirkt so jetzt ist besser okay da ist abgesperrt und hier ist einfach nichts ja dann müssen wir wohl durch diese tür das waren meine besten leute sagen sie mir was ich wissen will und ich bin sofort weg wo haben sie sie hingeschickt sie glauben ich verrate sie sie würde mir schmerzen zufügen die sie sich nicht vorstellen können wie ist das schiff ihr leben hängt von der antwort ab lieutenant selbst wenn sie mich töten wird eine von uns sie kriegen justi karen wie hieß das schiff mit dem sie geflohen ist mögen sie frieden in den armen der göttin finden mein name ist tamara und ich diene dem justi k kodex meine gegner sind die eklips schwestern aber jetzt stehen drei gut bewaffnete kämpfer vor mir sind wir freunde oder feinde also ja sie hat sie kaltblutig getötet aber ich muss sagen ich bin samara mega interessant ich will das nicht sagen also sage ich das jetzt nicht weil sonst sage ich wieder was böses und bereue es also freunde ich bin commander shepherd und ich brauche ihre hilfe bei einer wichtigen mission samara das ehrt mich aber ich stecke mitten in einer ermittlung die chancen sind miserabel fast schon selbstmörderisch und dafür brauche ich die besten also sie ich fühle die wahrheit in ihren worten und sie beschämen mich aber ich bin hinter einem unglaublich gefährlichen flüchtling her ich hatte sie hier in die enge getrieben aber die eklips schwestern haben sie weggebracht ich brauche den namen des schiffes auf dem sie war bevor die spur kalt wird ich wünschte sie würden den menschen begleiten justi karen ich habe befehl sie zu verhaften wenn sie nicht gehen sie gehen ein großes risiko ein indem sie ihre befehle befolgen detektiv zum glück muss ich mich nicht weigern mein kodex verpflichtet mich dazu einen tag lang mit ihnen zu kooperieren danach muss ich meine ermittlungen fortsetzen so schnell kann ich sie nicht wieder freilassen sie werden mich nicht aufhalten können die situation ist sehr schwierig wohl gerade wir haben keiner oder wenig info zu diesem kodex denen die justikare auferlegt ist oder den die justikare haben ich will da auch nicht rein funken weil das ist das darf ich nicht sozusagen das wäre einfach nicht vertretbar dann mal schauen wie wir das auflösen kann können diese situation für menschen ist das hier verwirrend kann mich mal jemand aufklären ich wollte sie davon überzeugen mit ihnen zu gehen aber justikare und ihr kodex der detektiv hat den befehl mich festzunehmen ich kann sie nicht zur befehlsverweigerung zwingen samara wartet einen tag und tötet dann jeden der sie ihr in den weg stellt leider ja es muss doch eine lösung geben wie wir alle bekommen was wir wollen ich weiß eine lösung während ich in verwahrung bin finden sie den namen des schiffes heraus wenn sie das tun schließe ich mich ihnen an dann ist dem kodex genüge getan okay klingt fair machen wir können sie mir mehr über justikare erzählen wir sind individuen die familie kindern und weltlichen besitz abgeschworen haben von ein paar waffen und panzerung mal abgesehen wir durchreisen das gebiet der asari und machen geschehenes unrecht wieder gut gemäß dem uralten kodex den wir alle auswendig gelernt haben ist was mir gerade aufgefallen ist also sie ist ja echt eine hübsche erscheinung aber ihre brüste hängt total komisch total weit unten oder kommt mir das gerade so komisch war kann ja auch sein es sieht auf jeden fall nicht so natürlich aus die jungen wird zwar von asari beherrscht liegt aber nicht in ihrem gebiet meine feindin ist hierher geflohen ich habe geschworen sie zur strecke zu bringen und ich werde ihr überall hin folgen ein justika verlässt nur selten das gebiet der asari aber ich muss meinen schuhe halten wenn das zu meinem nachteil gerät werde ich es akzeptieren eben haben sie sich noch geweigert ihre ermittlung einzustellen und jetzt schwören sie plötzlich mir überall hin zu folgen wenn ich bleibe werde ich viele unschuldige töten um der inhaftierung zu entgehen mich zum beispiel dabei könnte ich fallen und meine feindinnen könnte ihre verbrechen fortsetzen wenn ich mit ihnen gehe und ihre mission überlebe kann ich danach meine ermittlungen wieder aufnehmen dazu brauche ich den schiffsnamen um sie zu ihrem nächsten unterschlupf verfolgen zu können die entscheidung fällt mir leicht eine geringe chance ist besser als gar keine dieser justika kodex scheint ziemlich strikt zu sein das mag ihnen so vorkommen aber ich bin nun mal darauf vereidigt der vorteilhafte weg mag schnell und einfach sein aber das macht ihn noch lange nicht richtig hat sie recht haben sie irgendwelche spuren der volus händler pitney vor ist darin verwickelt eklips söldner wollten ihn aus dem weg räumen holen sie die wahrheit aus ihm raus erkennt vielleicht einen weg in die eklips basis nun ich muss zurück auf mein revier und sie muss ich wohl mitnehmen ich danke ihnen scheppert so eine vorbefragen was werden wir auf jeden fall machen aber erst in der nächsten folge mega interessante situation sehr angespannt und sehr schwierig aber ich also klar wir haben jetzt eine relativ einfache lösung mal sehen wie wir das geregelt bekommen in der nächsten folge jetzt erstmal vielen dank fürs zuschauen bis dahin ciao ciao